So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. So, Instinct, Part 5, wenn ich mich recht erinnere, und ein weiteres Intro. Okay, das werde ich. Kann hier also nicht weiter? Nein. Dann gehen wir mal wieder in so einen Schacht. Oh Gott. Ich liebe Schächte. Schächte sind ja das Tollste, was es in Shooter gibt. Neben der Kanalisation. Wohl bemerkt. So. Ach Gott. Dann machen wir so und jetzt kommen wir hier durch. Weil wir einfach Hammer sind. Hör auf! Mach nur Axtzombies! Nein! Ach, und die Tür geht nicht mehr. Auf! Der braucht ja eine Menge Kopfschüsse mit so einer Schroffritte. Bis der da unten ist. So. Munition, Munition, Munition. Ja, geile Musik! Fleisch. Warum haben sie hier Fleisch in so einer Station? Das ist unlogisch. Das... Oh Gott. Warum haben die Fleisch aus? Das ergibt keinen Sinn. Das ist Rüstung. Äh... Okay. Ich kann nicht... Ach, das kann ich doch nicht benutzen. Ich dachte, das geht nicht. Du bist tot. Lalalala... Natürlich. Ja, komm. Ne. Ich hole dich. So. Du. Und... Oh fuck. Machen wir das mal anders? Machen wir das dann? So. Ach. Hätten wir das auch erledigt. Dann hat man nach. Schicke Küche. Ne, da will ich noch nicht rein. Ähm... Ist hier noch was? Mh... Joah. Ähm... Die Tür geht auf jeden Fall auf. Aber da werde ich noch nicht. Pfuah! Pfff! 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 Also ich brauche nur nicht so gerne wenn die Entwickler faul sind als ihre Gegnermutter oder Zombie Spieler gehen.. Kann nicht sein das ist hier alles nur Klonen .. Pfff! 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 ist schon wieder Alarm. So, eure Axt hilft euch auch nicht. Na komm, geht doch. Da liegt Munition. Natürlich, die liegt doch einfach mal so oder irgendwo auf dem Boden rum. Ha, ich wusste es. Aber meine Reaktion war mal wieder aus dem Jahr, keine Ahnung, 92 oder so. Das ist eingestürzt. Das heißt, wir gehen wieder hier in so ein Schacht. Und wir wissen ja, wir dürfen nicht einfach an den Löcher fallen in dieses Spiel. Deswegen Schacht. Oh, geil. Ich liebe Schächte. So, und plopp. Noch ein Axtzombie, der mich natürlich trifft. Aus 1000 Kilometern Entfernung. Das sieht mir zu böse aus. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier von den Trümmern. Und draußen heult ein Kind. Halt die Fresse. Ja, ich liebe Kinder. Oh, der war gut. Na, aiming skill hoch 3. So, wer liegt hier? Typ, der nicht mal Munition für mich hat. Was ein Assi. So, nehmen wir uns davon nichts. Was ist denn das? Das sieht jetzt total so aus. Da geht's nicht rein. Ich höre hier schon irgendwo ein. Okay, riesige Karte. Hör auf, mir in die Ohren zu hauchen, du. Ja, du armes Ding. Durchzahlen. Na, komm. Ja, da komme ich natürlich nicht durch. Bin auch so hyperintelligent. Dann gehen wir zurück. Muss ich hier? Wow. Jetzt hat meine Schrotflinte nicht mal mehr Sound. Ist doch zum Kotzen hier mit diesem Scheißspiel. Ach, egal. Es ist low budget. Ich liebe es. Und wieder in einen Schacht. Oh Gott, ich liebe Scheiße. Oh, und der ist so lang, dieser Schacht. Es ist doch einfach nur himmlisch. Da wäre ich wahrscheinlich nicht durchgekommen. Ruttparty. Plopp. Na, ist hier einer? Nein. Wie kann... Warum ist das schief? Warum ist dieser Raum schief? Ist es so gedacht, dass dieser Raum schief ist? Was ist das denn jetzt? Natürlich in... Pfff. Ey, Logico. Zwölf. Äh, okay. White hat anscheinend große Probleme. Mit Arrow. Yeah, Klo. Hier ist mindestens ein Zombie. Zombie. Zombiespiel. Mit Klos. Ohne Zombies. Das ist doch nicht zu fassen. Okay. Hier. Komme ich nicht durch. Dann muss ich hier lang. Ja, 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 ja. Äh, Zombie-Horde. Äh. Und die Karte. So. Ja, ich würde sagen, der Part ist, äh, auch erstmal wieder vorbei. Dann... Sehen wir uns das nächste Mal bei Instinct. Und zwar nach dieser Cutscene. Ja, ich würde sagen, dass der Part ist. Ja, so ist das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.